Boah, Scheiße! Nicht schon wieder, Alter! Was geht, Bruder? Alles klar? Ja, Mann. Bei dir? Alles super, ne? Machst du ein Kogumisch-Misch, Bruder? Ja, klar. Ja, bitte schön. Richtig, danke. Aber weißt du, was mir eben passiert ist? Ich bin mit meinen neuen Schuhen voll in ein Kaugummi reingetreten. Shit, Alter. Guck dich mal hier oben. Überall sind auf dem Boden diese festgetretenen Kaugummis. Das kann doch nicht sein. Cancel, Charita? Das ist mir scheißegal. Mit meinen sch 따�nten Kott? аний